So Leute, Willkommen zu einem neuen Paar von Pogmas-Verreaktion. Ich habe jetzt englisch ein Headset hier. Hört es, ich weiß nicht. Ja, ja. In den letzten Paar 3, ich habe zwei Folgen. Ich habe jetzt frei gemacht für meine Schneck-Mag. Jetzt ist es Level 25. Und ich bemerke jetzt was. So, 200%. So, jetzt gehen wir nach rechts. Und ein Grasfeld und schon ein blödes Pandya. Egal. Wie wir in den letzten Paar gesehen haben, Thailand, konnte ich das Pandya kaum besiegen. Oder gar nicht besiegen, müsst ihr immer austauschen. Aber jetzt kann ich jetzt endlich das Pandya besiegen. Oh, neues Pokémon. Ja, wir müssen jetzt Team Akma besiegen. Wir können jetzt... Wo die zwei Ak... Nein, ich sage, die zwei Ak... Die zwei Akma... Die zwei Akma... Riepils da waren, können wir jetzt da durch. Nun, das nervt. Schneck mal ab. Und das ist... Was heißt, dann ist das... Doppelkampf. Gehen... Zwei Zwiebeln. Die Linie. So, und beide ein Pandya. Der Steinwohra, das geht nicht für beide. Egal. So, einer stirbt. Gut. 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 Wird voll zu verk... So... besiegt. so es kommt dieser sie hat ein kam aufnehmen 19 also vorher gegen feuer das ist ein paar wochen und das ist sonntag so und wieder ein mädchen zu gucken und weder steck mag mann tschüss pante ging aus dem weg nein so wo gehst du hin na wie kannst du das halten nein dann gehe ich noch mal so hopp 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 den haben wir schon gekämpft geht dir auf und pokémon namens kamau so wie der fröhliche pfart und koppel ich finde kottel eine der größten pokémon also feuer pokémon so jetzt seht ihr dass die rüppel hier weg sind und wir können jetzt hier rein jetzt gehören wir zu der seilbahn jetzt gehen wir nach oben und jetzt sehen wir ein Schlottberg Schlottberg ich sag immer Schlotterberg so hier seht ihr adrian gehen 3 feuer da ist auch einer da auch jetzt müssen wir gegen die alle kämpfen also nicht alle die einfach das nimmt und gegen das kämpfen möchten oder biegen so zu Gott und kamau kein Problem Steinewurf und ja 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 ich halte dann geschnitten okay nein ist unglaublich so jetzt kommt auch ich hab's vergessen jetzt kommt der Assistent sozusagen oder so wie heißt er machen wir machen wir okay Vorstand Kale mit dem Kamau oh mein Gott zu Gott lang so dumme nein und BAM du du das geht schon ein Wort und wieder ein Kamau hat er nur keine Maus ne ein Fiffen hat er sicher noch das weiß ich unverwirrt und und es verlässt sich selbst und es ist tot und es ist tot ja genau genau alles mit G-Ein-Power besingen eigentlich hab ich jetzt zwei Mal Steinwurf denn die normale Attacke Steinwurf und dann noch G-Ein-Power das Steinwurf ist manchmal ist es auch Lehmschuss wie ihr gesehen habt oder manchmal in letztem Film war so so ein Noctuska Attacke das weiß ich aber ich weiß nicht wie die heißt habe ich immer Lotrothel nein nicht Lotrothel oder doch Lotrothel ich bin mir nicht sicher doch Lotrothel wartet mal doch genau Lotrothel habe ich immer vergiftet so jetzt kommt der Boss was mache ich mit Kirlia das ist noch ein Level Up bekommt oh nein das erste Pokémon ist Shifin nein nein genau da sie sich lieber Kolbat nach vorne so wir müssen ihn in zwei Minuten besiegen ja ja komm jetzt warte ich kurz deutlich muss schnell das Video passieren ok ich bin wieder da wir müssen ihn jetzt in zwei Minuten besiegen Glück Schlag das ist ein ein das ist ein der das ist ein der das ist ein das ist die 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 Nein! Steh doch, Golbert! Das ist aber scheiße egal! Muss austauschen! Nein! Nimm Schuss! Mann! Leute, ich muss hier ein bisschen gesch- geschafft! Super, das wird einfach! Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben! Boah! Nein! Nein! Steh ab! So, jetzt kommt der Einfachste und jetzt ist es keiner los! Ich probiere es mit einem Schlag! Und ich bin tot! Boah! Schnell! 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 Okay, es ist tot! Glück gehabt! Ich muss jetzt in Hyperspeed das alles machen! Komm, komm, komm! 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 Und das war's mit diesem Podcast! In diesem Podcast geht es weiter! Bis dann! Ciao! Komm!